Nein Es müsste eigentlich gehen, dass ich ihn da... Ja, es hätte geklappt Es hätte... Es würde Ah So Jetzt machen wir den erstmal so hier platt Also, hauen ihn da runter So Jetzt ist er dort noch Okay Ich werde mal sicherheitshalber wieder saven Autsch, nochmal Ah, nein Ah, das wäre gut geworden Ah, nein Mano, was soll ich jetzt... Was soll ich die ganze Zeit hier machen, ey Das glaube ich nicht Nein, fuck Ich will den da runter kriegen Und der geht da runter Verdammt Nein Nein, erst recht nicht Äh, ja, das wäre schön geworden Ja, endlich Nicht so safe state So muss das So, komm hoch Oh Da hat er jetzt nichts gemacht Haha Shit Hier bin ich ein wenig schlecht dran Aber es geht Gut So Jetzt haben wir die gleiche Situation wie gerade eben nochmal Und Das müsste eigentlich machbar sein, dass er Hm Na Nein Ja Das war's So, aber das war's immer noch nicht Nein, 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 nein Wer glaubt mir denn Oder wer glaubt denn, dass das das schon war Ich glaube nicht Soll ich mal in die Lava springen Da, da war schon wieder diese Glitchfresse Ey, was soll denn das So Zack Seht ihr Noch zwei Level Wieso Wieso Tut das Level sowas Oh fuck Da muss ich drüber jumpen Das tue ich auch Haha Und Zack Ups Was Das war jetzt nix Oh nein Jetzt muss ich nochmal das Ganze hier machen Yeah So, hätten wir wieder Also Safe State Nach dem Level setzen Besser ist es Sonst ist schlecht Wie immer Oh man Oh man Oh man Oh man Ey, ich hab so keinen Druck mehr Wieso nur So So, 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 so Und Gespeichert So, da muss ich runter Hm Wo muss ich lang Ähm Hier muss ich nicht lang Äh Was mach ich hier Was macht der hier Was wird das hier Trägt der mich drüber oder wat Sehen wir mal Was da passieren wird Ah Pff Ey, ist das eine Scheiße auf einmal hier Ganz ehrlich Ich hasse das Alles So, jetzt will ich versuchen Dass der in die andere Richtung kommt Wo ist er denn Weg Ja, ich bin auch gleich weg Mir reicht's gleich hier Nein, 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 nein Das wollte ich nicht Das war nicht geplant So, hopp, 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 hopp Ah Schon wieder Wie komm ich nur hier durch Hm Ähm Ähm Ich hab ne Idee Nein, hab ich nicht Ich zieh das Ding einfach mal ein Stück Nein, klappt nicht Mist Was bringt mir das Was bringt mir das Ist da irgendwas Nein Hidden Blocks vielleicht Irgendwas Hidden Block Technisches Hm Seh ich jedenfalls nix Hm Hier irgendwo Nee Nee Nix Nix Gar nix Das gibt's doch nicht Das kann doch wohl nicht wahr sein Jetzt mal ehrlich Wie soll ich denn weiterkommen, wenn ich nix hab Da Zack Nix Wer hätte das gedacht Ey, wie unfair, oder Ey, wie unfair So Und hopp Und hopp Wow Was war das Das ist geil gewesen Das mach ich nochmal So, komm schon, komm schon Nein, fast Aber wir haben die richtige Methode rausgefunden Nein Verdammt Und zacka Und zack, 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 zack Schnell, 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 schnell Du schaffst das Oh, das war gut Wehe, du schmeißt mich runter Ich sag's dir Oh, das schmeißt mich runter Das ist ein sehr schnell Durchgehen-Level Nicht wahr Da muss man ganz schnell durchgehen Und zack, 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 zack Das schaffst du nicht Oh, Mann Das gibt's doch nicht Ich will doch nur durch dieses dumme Level Das war gut Das war sehr gut Das schafft er Haha Nein Tut er nicht Moment Ich werd dann also immer speichern Wenn ich weiß Ich schaff das Das war nix Doch, tut's Ja Haha Was war das Oh, cool Coole Sache Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen, oder was Das wär ja bescheuert Das wär echt bescheuert Ah, da kann ich wenigstens hier wieder fliegen Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Fester Boden Füße Ja Ah, ich muss das so machen Scheiße, ey Und komm schon Höher Weiter Weiter Jetzt brauch ich nur noch einen, oder? Wow Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ja Es geht Es funktioniert Gut, dann Brauch ich mir weniger Sorgen machen, sag ich mal Als eigentlich Was ist denn das da unten? Was so komisch Wow Nein, nein, nein Nein, nein Schlag mich doch nicht zurück Oh, Mann Was mach ich denn hier? Was soll ich denn hier machen? Dann Äh, was? Äh, wie? Und Rüber Haha Ach, das ist das Ding gewesen nur Okay, dann noch Stücke weiter Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Jetzt schnell Nein Fuck Das war nischt Eigentlich, oder? Ah, ich hätte hier langlaufen können Oh, cool Stimmt, ja Stimmt So Nach jeder Runde werde ich jetzt Ein Safe State setzen So Zack 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 Oh, nein Jetzt ist das wieder Das ist jetzt wieder Mode Okay Dann Runter Und Zack Und drüber Ha So Und wieder zurück Und Zack Oh, nö Ich fass es nicht, ey Langsam reicht's Oh, nein Ups Oh, Mann Jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig, ey Ich mach Ich mach das Spiel zu Ende, wenn's sein muss Und es wird ewig dauern Ich werd zur Not speeden Weil das sieht einfach nicht schön aus Die ganze Zeit Dasselbe zu machen Ja Und Hop Oh, fuck Das war nix Das war nix Hab ich gesagt Oh, weia Das sieht ja bescheuert aus, ey Ey, jetzt ehrlich Lasst mich doch endlich Und Zack Und schon ist es besser Was denn Oh, ja Stimmt ja Das Ding Wie ich es hasse Wie es mir Die ganze Zeit Nur im Weg steht So Safe State Jetzt reicht's Wenn ich irgendwas falsch mache Dann mach ich nie wieder was falsch Oh, ja Zack So Nummer 2 Safe State Tada Oh, nein, nein, nein Du nicht Du willst mich doch gar nicht So, nächster 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 Safe State Und zack Und nein Oh, nein, nein, nein Der schubst mich raus Der schubst mich raus Der will mich rausschubsen Ja Ja, verdammt Ha Hättest du so gedacht So Nächster Safe State Ja, hin und her Das macht so einen Spaß Ey, das ist ein Spiel Für die ganze Familie Echt, ey Ich glaub's kaum Dass ich sowas spiele Aber Ja, ich tue's doch Für euch Für wen Sonst Für mich? Nee Nee, komm Ich hab eigentlich schon genug Von dem Spiel Irgendwo Oh, das schaff ich Das schaff ich Der kriegt mich nicht Dieser blöde Tornado Der Oh, Glück gehabt Nächster Safe State Jetzt komm Marine Ich will noch essen heute Und Nein, nein, nein Fuck, fuck, fuck Geh raus Ja Bam Safe State Sicher ist sicher Vielleicht treffe ich ja die Münzen Nicht Ha Oh nein Was haben wir jetzt? Das hätte ich nicht tun sollen Aber ich Glaube es gibt echt Schlimmeres Als das Noch Irgendwo Auf Erden Etwas was wirklich Schlimmer ist als das Aber ich Benutze trotzdem Safe State Weil ich will mir Das ganze nicht kaputt machen Oh mein Gott, ey Der soll doch endlich mal Tot sein Kann der nicht endlich mal Tot sein Ah, das ist gut Gut, da kann ich stehen Das ist sehr geil Das probiere ich weiter aus Ah, das hat jetzt schön gepasst Aber nö Das kann ich doch nicht Shit Ah, Mist Das wäre gut gekommen Das wäre richtig gut gekommen Äh, mal sehen Vielleicht bringt es was Wenn ich über ihm bin Ob der es dann auch schafft Nein, tut er nicht Shit Jetzt habe ich mir ein Eigentor geschossen, ey Oh man Oh man Oh man Ja Damit geht's So Jetzt dürfte es also Doch nicht so Das Problem werden So Wenn ich richtig Das ganze mache Nein Na, ja Ja, ja Mhm Ja, ja Ich kenne die Musik Die ist hässlich Und mal So Jetzt noch einmal Richtig treffen Und zack Weg ist er Also langsam Habe ich mich dran gewöhnt An dieses Lava-Scheiß-Zeug Das ist nix mehr Das ist gar nix Das kann nix Das kann mich mal Kann das Aber sonst kann's nix So Du hinne Mach hinne Du Ich will das letzte Level sehen Wenn das nicht das letzte Level ist Dann Tue ich irgendwem weh Ich weiß noch nicht wem Aber ich tue irgendjemandem weh Was ist das denn für ein Level, ey So Zack Soll ich damit irgendwas kaputt machen oder was Wir werden es gleich sehen Ah Ja Klasse Und zack Und Ah Und Ah Also Dann Damit haben wir gesehen Es Muss einen anderen Weg gehen Geben So Wir können jetzt Theoretisch Äh Den brauche ich noch zum draufhüpfen Ne doch nicht Shit Hätte ich das gewusst Wäre alles viel einfacher geworden Ey Na Aber nö Äh Wie soll ich da bitte durchkommen Wie Bitte Schön So Und Dann Ah Es geht Es funktioniert also Na toll Ich wollte nur mal für schöne Musik sorgen So Äh so Ich werde wieder mal sicherheitshalber safe staten Weil sonst Mache ich mir noch irgendwas kaputt dadurch Wenn ich es nicht tue Tue meine ich So Das klappt zum Glück Also Zack So Und jetzt haben wir noch so ein Ding Tolli So Safe staten Wäre hier angebracht Schon mal Haha Es hat gut funktioniert Sehr schön Geil Dass ich das auf den ersten Versuch hinkriege Hätte ich nicht gedacht Aber dafür das nicht Oh warte Oh shit Oh shit Ich bin Ich bin Ich bin